Hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast. Mit Julian und CF. Der Löwenzahn-Fan-Podcast. Heute ganz absurd mit dem Thema Löwenzahn. Julian, wie sieht's aus? Bist du vorbereitet? Es ist wie für uns gemacht, denn wir feiern jetzt aktuell unser dreijähriges Podcast-Jubiläum. Letzte Woche am Donnerstag war es auf den Tag genau. Drei Jahre, also es sind jetzt drei Jahre und drei Tage. Herzlichen Glückwunsch und jetzt gucken wir uns eine Folge zum Thema Löwenzahn an. Wie geil ist das denn, würde der Junkfood-Guru sagen. Das sagt er wirklich bei jedem Produkt. Wie geil ist das denn? Wo ich mir denke, wahrscheinlich magst du das noch nicht mal. Na, das ist sowieso, das ist nix. Ganz schwierig. Aber Löwenzahn hat 30 Jahre gebraucht. Ich finde, wir sind noch voll im Trend. Das stimmt, ja. Wobei vielleicht kommt nachher irgendein Nerd um die Ecke und sagt, das ist nicht ganz richtig. Peter hat schon in der und der Folge auch mal. Peter hat ja auch in einer Folge schon was dazu gesagt. Das ist ja richtig, dass man die essen kann. Das hat Peter uns schon mal gelehrt. Aber eine Folge über Löwenzahn in Löwenzahn gab es nicht. Nee, also Flummis wurden da nicht erfunden. Das kann man sagen. Ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abweichend. Sonst geht es in der Folge wirklich um Löwenzahn. Ja, jetzt muss man gucken. Die Folge ist aus dem Jahr 2010. Da frage ich Julian immer ganz gerne, was hast du da so gemacht? Da war ich kurz vorm Umzug ins westdeutsche Gebiet. Da war ich noch in Norddeutschland. Und du, wo warst du? Schon 14 Jahre da unten? Ja. Boah. Irgendwann kommt nicht so der Punkt, dann ist man länger hier, als wo man war. Ja. Dann ist das jetzt deine Heimat. Genau. Okay. Ich habe, oh mein Gott, ja, ich habe da 2010, stimmt, meine, kann man das so sagen? Ich glaube, meine erste eigene Bude gehabt. Ja. Ja, 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 ja. Heide Witzka. Ja, stimmt. Januar 2010. Meine erste eigene Bude. Ja, das war, also die erste eigene Bude sieht halt auch aus wie ein ganz großes Kinderzimmer. Da können wir uns nicht, ja, du hast ja auch noch nicht so viele Möbel. Ach so, das ist auch irgendwie immer noch ein bisschen so. Bei mir jetzt. Na, mittlerweile ist ja mal ein getrenntes Schlafzimmer. Hey, immerhin. Ja, das stimmt, ja. Man kommt in eine gute Richtung, aber jeder hat noch irgendwelche Möbel oder Poster oder sowas aus dem Kinderzimmer. Ich habe noch meinen Schreibtisch von früher. Das ist mein Kinderzimmer-Schreibtisch hier. Oh, den hatte ich auch noch ganz, ganz lange. Bis vor drei Jahren tatsächlich noch. Ja. Also so komische Sachen. Manche Sachen nimmt man dann noch sehr lange weit mit. Und es gibt noch ganz viel Kleinkram, was man teilweise irgendwie erst nach 50 Jahren wegschmeißt oder mal austauscht, weil es ja noch gut ist. Zum Beispiel eine Schere oder Besteck. Solche Sachen kann man relativ einfach gegen kleines Geld ab und zu mal austauschen und ist direkt ein riesen Mehrwert. Aber manche Dinge, zum Beispiel mein Locher, den habe ich hier noch am Schreibtisch. Den trage ich wirklich seit der Kindheit mit mir rum. Zirkel und Geodreieck hat man immer noch in Schulzeiten. Oder noch einen Wasserfarbkasten, der eingetrocknet ist. Ganz schlimm ist, wenn Leute dich darauf hinweisen müssen, ja, du kannst dir jetzt mal wirklich entsorgen. Dann ist irgendwann so ein Aha-Effekt, wo du denkst, oh, das ist Betriebsblindheit, das tut mir leid. Ja, das ist bei solchen Sachen auch so. Ja, allerdings gehe ich ja auch selten in den Laden und denke, ja, jetzt ist Zeit, jetzt der neue Locher. Vor allen Dingen, das ist ja auch ein aussterbendes Produkt. Ich meine, wie viel locht man denn noch? Ab und zu, was so bei Post nochmal kommt, aber. Ich glaube, ja, doch, wenn du noch so eine Berufsschule machst oder sowas, dann heftest du noch ab. Muss man, wenn man heute im Jahr 2024 eine Ausbildung beginnt, muss man dann noch ein handschriftliches Tagebuch führen, was man pro Tag gemacht hat in der Ausbildung? Ein Berichtsheft. Meinst du jetzt das ganz normale Berichtsheft? Das ist ja nicht tagesweise, das ist ja wochenweise. Wirklich? War das bei mir nicht tagesweise? Es gibt Betriebe, die fordern tagesweise. Unsere schulische Ausbildung hat tagesweise gefordert, ja. Aber ich glaube, das klassische Berichtsheft ist wochenweise, wo sich alle vier Wochen wiederholt, was da drin steht. Ja, das wiederholte sich bei mir halt dann auch relativ schnell tageweise, das ist das Problem. Und ich habe das auch nie richtig geführt. In der Schule wollten die das nicht sehen und mein Ausbilder musste damals dann sehr viel unterschreiben. Ja, wir mussten auch kurz vor der Prüfung zwei Jahre nachholen. Das ist völlig normal. So läuft das. So lief das. Dafür hat man zwei Jahre aber auch richtig hart gefeiert, dass man es nicht machen musste. Genau, ja, das ist richtig. Gut, dann haben wir den Smalltalk-Teil überstanden. Quasi jetzt hier wie bei Harald Schmidt damals, so der Warm-Up hier, wie hieß das noch, der Stand-Up. Erst kommt der Warm-Up-Teil fürs Publikum, dann kommt der Stand-Up-Teil für alle und dann kommt der Gast. Und jetzt widmen wir uns dem Gast unserer Löwenzahn-Folge. Und hier ist Freddy. Herzlich willkommen. Wir haben ihn eingeladen. Du hast ihn tatsächlich ausfindig gemacht, ne? Ist gar nicht so einfach, weil der Name Lasse Westphal, den hier Freddy spielt, andersrum, der ist leider auch irgendeinen grünen Politiker hat, trägt diesen Namen. Und da sind natürlich die Medien voll davon. Aber ihn findet man noch, ich kann den Funfact gerne schon hier noch vor dem Pressetext raushauen, von der Agentur Schubert. Das ist ähnlich wie damals die Next Generations, die uns auch hier die Leni von der Familienfolge zum Beispiel gemacht haben. Die haben ganz viele junge Stars da. Er ist leider nicht mehr so jung, deswegen ist er da raus. Aber man findet ihn noch. Wollen wir direkt ein Bild einblenden? Ja, mach das doch. Dann haben wir das alles abgefrühstückt. Damals und heute. Damals und heute. Hier auf YouTube zu sehen, in den Shownotes, anklickbar, könnt ihr euch das Bild jetzt anschauen. Hat sich gemacht. Wirklich. Babyspeck losgeworden, Haare ordentlich gemacht. Sehr schön. Ja, das ist Freddy. Und was der für einen Sinn hat, das können wir uns in der Folge 259 Wildes Kraut. Das der unschlagbare Löwenzahn. Heißt du nicht das unschlagbare? Der Löwenzahn? Das haben sie uns nicht erklärt in dieser Folge. Ah, der Artikel. Ich würde auch sagen, der Löwenzahn. Wobei, naja, der Zahn, ne? Das Löwenzahnkraut, der Löwenzahn. Also man geht ja bei sowas immer aufs Ende ran. Und dann sagt man ja der Zahn. Ah, okay. Gut. Deine Schule ist zwar länger. Egal. Dort finden wir nämlich Freddy. Und das wollen wir jetzt in dem Pressetext klären. Zu Staffel 29, Folge 11. Wer hat sich die Folge eigentlich gewünscht? Die hast du dir über den Randomizer gewünscht. Und deswegen bitte ich doch den Randomizer. Achso, äh, du. Dann ist es ja noch geiler, ne? Dass der Randomizer, der Zufallsgenerator, der Zuffi, die Älteren erinnern sich, dass der sich zu unserem Geburtstag diese Folge gewünscht hat. Seit wir Vicky abgeschafft haben, kommen da auch gute Folgen bei rum. Muss man wirklich sagen. Das stimmt, ja. Das war vorher echt anders. Also dann. Fritz hat Besuch von dem elfjährigen Freddy, als sein alter Schulfreund Rainer Preetz auftaucht. Das Verblüffende, Rainer und Freddy kennen sich. Preetz ist ein Lehrer und nicht gerade gut, auf den jungen Wirbelwind zu sprechen. Freddy ist versetzungsgefährdet und nur ein ganz besonderes Referat kann ihn noch retten. Doch dafür hat er bis jetzt nichts getan. Ich mache aus Löwenzahn einen Flummi, platzt Freddy heraus. Bloß wie? Nur mit Fritz Hilfe kann es gelingen, Lehrer Preetz zu beeindrucken. Es ist aus diesem Pressetext ein bisschen wirr. Da kommen willkürliches Kind und willkürlicher alter Schulfreund und plötzlich hat Fritz wieder ein Abenteuer vor der Tür. Versetzungsgefährdet. Ich glaube, nur einer von uns beiden kann das von sich behaupten, oder? Aber kann man denn, wenn man das, also kann man das, kann man, er muss ja eine Eins kriegen, damit er hier die Versetzung rettet und im Bio kann er quasi, da kriegt er die Chance, noch ein Referat zu halten und wenn er da eine Eins kriegt, dann kann er quasi seine Fünf- aufpolieren auf eine Vier- oder was? Mhm. Aha. Aber anscheinend hat er auch kein anderes Fach, womit er ausgleichen kann. Nee. Und er kümmert sich auch überhaupt nicht darum und es ist schon nachmittags, aber er ist trotzdem relativ entspannt. Ja, korrekt. Und wie der ein Zufall so will, ist sein Lehrer auch ein alter Schulfreund von Fritz, aber Fritz hat davon gar keine Ahnung, dass die beiden in einem Zusammenhang stehen. In welchem Verhältnis stehen jetzt denn Freddy und Fritz? Das ist sein Lehrer. Achso, Fritz, auch sein Lehrer. Nein, der Fritz ist, er hat das besondere Ereignis, auf einem Grundstück zu wohnen, in dem immer Kinder kommen. So ist das ganz genau. Ja, okay, das macht Sinn. Und da kommt dann heute halt Freddy des Weges und turnt da rum, als wenn er da schon wohnt. Meine Schwörungstheorie ist, der Emil, nee, der Paul, nicht der Emil, der Paul, der Emil war die Ente. Paul, der Maulwurf, hat ein gigantisches unterirdisches Lager unten geschaffen und die Kinder haben einfach, die spawnen da, die kommen dann raus. Achso, ja, okay, gut, dann poppen sie mal auf und dann gehen sie von dort aus, nachdem sie quasi bei ihm einmal zu Gast waren, ins wirkliche Leben raus. Ja, genau. Okay, alles klar. Ja, dann gucken wir uns diese Folge mal an. Sie spielt recht viel hinterm Bauwagen, also auch vor dem Bauwagen, eigentlich nur beim Bauwagen, ne? Naja, wir sind bei der Kräuterhexel, wir sind mal ganz kurz auf der Straße. Sehr viel Bauwagen kriegen wir auf jeden Fall heute zu sehen. Und da sehen wir auch schon Freddy, wie er da herumturnt und sich nicht um sein Referat kümmert. So sieht es nämlich aus. Ganz genau. Und wir bekommen direkt zu Beginn von der Überblende Löwenzahn zu Löwenzahn, denn Fritz macht sich doch schon mal einen Salat raus. Und das ist im Prinzip genau der Funfact, den Peter uns damals mitgegeben hat. Das heißt, Fritz sagt mal ganz gelassen, damit steige ich ein und dann gehe ich in die Tiefe. Aber bevor das kommt, kommt Lehrer Pritz. Rainer Pritz nennt man ihn auch entgegen. Und in welchem Verhältnis stehen die jetzt zueinander? Die kennen sich einfach. Die kennen sich einfach, aber Fritz war trotzdem irgendwie nicht so richtig darauf vorbereitet, dass das auch der Lehrer von Freddy ist. Denn er fragt ja auch, ihr kennt euch? Ich meine, das ist ein Kind in Bärstadt und das ist ein Lehrer in Bärstadt. Tja. Möglicherweise können sie sich kennen. Ja, so ist es ganz genau. Und der Lehrer Pritz hat ja sogar eine Eigenart. Und zwar verschnupft ist er die ganze Zeit. Das finde ich ja nervig. Es gab in der Lindenstraße einen Charakter und zwar so eine Art Nebencharakter, der den Hausverwalter dargestellt hat. Hausverwalter Hülsch. Und der hat auch immer genießt, weil er nämlich eine littenden Pollenallergie hat. Und immer wenn er in der Lindenstraße das Haus verwalten musste, dann kam er immer so verschnupft und vernießt rein. Eigentlich ganz geckig, aber war über 30 Jahre dann auch ein bisschen lästig. Und so geht es ihm hier aber auch dem Lehrer. Und was hat das für einen Sinn? Es ist einfach nur ein Attribut, dass man sagt, oh komm, der soll ein bisschen schnupfen. Also es ist, in der Lindenstraße ist halt ein Running Gag, dass er immer, wenn er dahin kommt, dass es ihm dann schlecht geht. Ah, okay, okay, okay. Weil hier ist ja der Sinn, dass er später den Ahornsirup bekommt. Aber darauf gehen wir auch nicht großartig ein. Und das war es dann. Der Schauspieler ist in der Tat der, den ich letzte Woche mehrfach gelobt habe, in welchen Serien er mitgespielt hat. Das muss ich heute nicht nochmal tun. Meine Erinnerung hatte mich da nicht enttäuscht. Auch Dunja Reiter war genau die, die ich noch in Erinnerung habe, nur 50 Jahre älter. Also, der Freddy braucht ein Referat und muss eine Eins bekommen, von dem er bis jetzt noch nichts, absolut gar nichts gemacht hat. Nee. Und was könnte nur das Thema sein? Das ist so schwierig. Löwenzahn. Das platzt auch aus Freddy heraus, ne? So sieht es nämlich aus. Und dann würde ich doch sagen, können wir das in einer kleinen Traumsequenz doch einfach mal verdeutlichen, wie gut dieses Thema doch ankommen könnte. Und so wird dann eine Eins gegeben und das Endergebnis vier Minus. So ist der Traum. Ob das wirklich funktioniert? Hm, weiß ich nicht. Und jetzt beginnt im Prinzip, glaube ich, durchgehend Lerneffekt, aber aus allen Mitteln. Also im Spiel, in Einspieler und in, naja, es ist nicht so wirklich ein Song. Also, wir bekommen erstmal in der Geschichte gezeigt, dass Löwenzahn natürlich Salat gemacht werden kann. Aus den Wurzeln kann Kaffee gewonnen werden. Wobei ich sehe, wenn das da so durch die Tasse durchtropft, ja, also ich würde noch nicht mal Tee dazu sagen. Das ist einfach nur Wasser, was da durchkommt. Und einen Kaffee gemahlen? Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und dann kommt der Einspieler. Und das ist jetzt ein Einspieler zu Löwenzahn. Welche Musik kann man dafür nutzen? Ich weiß nicht. Was sagst du? Was ist wunderschön? Ja, das ist nämlich eben, die feiern hier auch irgendwie, feiern die hier ein Jubiläum mit dieser Folge. Das muss doch irgendwie irgendwas sein. Ja, also da kommt ein richtig schöner, eine schöne neue Art des Themes hervor. Und des Themas wäre, glaube ich, das richtig schöne deutsche Wort dafür. Und da kommt auch einiges drin vor. Also es kann überall wachsen, man kann es rausrupfen und woanders wieder einsetzen. Alle Lebewesen können das essen. Es wird auf Märkten vertrieben in gigantischer Form. Und natürlich der Klassiker, was passiert, wenn ein Löwenzahn seine Reife erreicht? Richtig. Kinder stecken es im Mund. Aber halt pusten da auch mal dran. Ja. Und dann kommen wir wieder zur Pusteblume. Düdeling. Wird das Wort Pusteblume eigentlich genannt in der Folge? Ja. Ah, okay. Gut, das habe ich dann überhört offensichtlich. Warum, wenn das doch so ein tolles Produkt ist, warum ist das dann nicht in jedem Supermarkt überall ständig verfügbar? Warum ist Löwenzahn eigentlich für uns immer noch so eine Art Kraut, Unkraut? Wieso ist das nicht so Mainstream geworden wie andere Kräuter? Tja, das ist eine gute Frage. Wenn man noch alles draus machen kann, das auch noch so gesund ist und so weiter. Und man es überall künstlich pflanzen könnte. Ja. Vielleicht wegen der optischen Verwechslung mit einer Brennnessel. Warum sprichst du das so aus? Das Wort Nessel, das ist eine Nessel, die man sich setzt. Brennnesseln kenne ich noch aus meiner Kindheit. Warum natürlich aus meiner Kindheit? Weil es damals mehr Brennnesseln gab? Natürlich nicht, weil ich damals halt noch mehr draußen war. Weil es besonders wehtat als Kind. Ja, das auch. Das hielt nie so lange an, aber in dem Moment war es immer super unangenehm. Da haben wir auch sofort gemerkt, eine Brennnessel setzt sich sofort in der Haut fest. Ich glaube, als Kind kennt man ganz besonders immer diese Klettkügelchen, womit man andere abgeworfen hat. Brennnesseln, weil sie wehtaten. Und ja, was gab es noch? Es gab noch diese Puffdinger da. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sie beschreiben soll. Was? Puffdinger? Es gab so weiße Kügelchen, die sind so gepufft, wenn man draufgedrückt hat. Weiß ich nicht. Ja, okay, dann hatte ich eine andere Kindheit als du. Dann lassen wir das einfach sein. Ja, da sind wieder die paar Jahre Unterschiede, die alles gut gemacht haben. Ich war viel weniger oder anders draußen als du. Hast du noch Pokémon abgefeiert? Ja. Ah, ja genau. Daran kann man das schon mal gut feststellen. Ach so. Okay. Entschuldigung. Alles klar. Ist ja nicht schlimm. Ich glaube, ich wäre auch ein riesen Pokémon-Fan gewesen, wenn es einfach nur fünf, sechs Jahre früher im Fernsehen gelaufen wäre. Tja, dafür ist für mich He-Man aber sowas von Boomer. Boah, das habe ich so gerne geguckt. Ja. Siehst du? Das kann ich aber heute gar nicht mehr so gut. Also von He-Man wäre ich mir so eine alte, die Zeichentrick-Variante da aus den 80ern vom Filmation. Also zwei, drei Folgen am Stück und dann reicht das wieder für einen Monat. So. Und da kommen wir auch zu Zeichentrick-Serien wie die Gummibärenbande und Chip und Chap. Alle verändern das. Jeder kann das Intro auswendig. Aber schaut euch mal aktiv ein paar Folgen an. Haltet ihr das durch? Nein, nein. Ich habe auch irgendwie letztes Jahr versucht, auf Disney Plus Darkwing Duck. Oh nein. Oh, das ist auch ganz, ganz schlecht. Ein, zwei Risiko durchzubinchen. Ich habe es nicht geschafft, auch nur zwei Folgen durchzubinchen. Captain Baloo genauso. Hat man auch. Jeder kennt das Intro. Hat es als Kind geguckt. Aber das kriegst du nicht. Du kriegst nicht eine Staffel, kriegst du nicht durch. Nein, nein, nein. Das kann man nicht. Das ist irgendwie schwierig. Was ganz gut geht, aber ich bin natürlich auch so ein bisschen Batman-Fan, ist die Batman-Animated-Serie aus den 90ern, die damals auf ProSieben gelaufen ist. Die kann man witzigerweise ganz gut bingen. Aber es ist bei Zeichnrigen-Serien sowieso schwierig für mich. Und gerade sowas, was dann auf Kinder angelegt ist und wo sehr viel Boing und Hu und so ist. Real Ghostbusters. Was war ich für ein Fan? Ich hatte die Action-Figuren, dieses große Feuerwehrhaus dazu und so weiter. Da habe ich mir dann irgendwann auch die komplette Serie geholt. Es ist kultig und man kann das auch gucken, aber auch das kann man nicht mehr als drei Folgen pro Woche aushalten. Pro Woche? Pro Woche. Das ist festgesetzt, diese Serie geht nur drei Folgen. Man guckt sich das an und die erste Folge feiert man total ab, auch wegen dem Intro und wegen den Stimmen. Und dann kommt dann doch nochmal der Marshmallow-Geist und so. Und die zweite ist dann schon so, diese Serien haben auch oft das Problem, dass sie so dieses Monster of the Week haben. Sie haben dann so einen, gibt dann so einen Hauptcharakter, einen Gegner, den es dann nur in dieser Folge gibt. Der kommt davor und danach nie wieder vor. Das ist bei He-Man auch oft so. Das ist nicht nur Skeletor. Und das ist dann, gibt dem Ganzen schon so eine Beliebigkeit und denkst du, ja gut, next. Ist für mich Boomer. Ja. Aber was ist, Boomer ist doch hier 60er Jahre geborene Leute. Das ist ja die böse Art zu sagen, das ist für mich alte Leute Zeug. Ja, genau. Aber meist liegt es wirklich nur ein, zwei Jahre entfernt. Oder, so wie ich, wenn man ein älteres Geschwisterchen hat, dann findet man natürlich das doof, was diese Person geschaut hat. Ja, ja, ja. Das ging mir ja schon damals so, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. Als meine Mutter irgendwann ein Lied von BLAB gut fand. Oh, war das bei mir auf der schwarzen Liste. Hier, das war das, was er mit Charlotte Roach zusammengesungen hat. Erstens, zweitens, drittens, irgendwie so hieß das. Erstens, du machst ja einen Fehler. Ja, genau so. Das fand meine Mutter so gut, das war danach komplett weg bei mir. Deswegen weiß ich schon gar nicht mehr, wie es eigentlich ging. Das tut mir leid. Und das ist auch ein Trauma, das nie weggeht. Was soll, wenn wir uns das beschönigen? Ich weiß noch, wie meine Mutter den Mutti-Dance dazu machte. Mit der Hand dann immer so hin und her gewappnet, mit der Hand dann immer so den Rhythmus gefühlt. Oh, furchtbar. Ah, Mutti-Dance. Zurück zu Löwenzahme, ihr Lieben. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Du hast diesen tollen Einspieler, wo sie da die Verköstigung machen. Den hast du jetzt ein bisschen weggehauen. Den fand ich ja tatsächlich ganz cool. Weggehauen? Ich fand ihn ganz witzig, wie er dann da quasi, sie bekochen ihn ja quasi. Und er gibt dann dem Ganzen als essbares Gericht ganz schlechte Punktzahl oder ganz schlechte Note. Und das mag ich ganz gern, so kleine Einspieler. Das finde ich auch bei Daily Souls. Ich gucke ja momentan viel unter uns. Und es passiert so alle hundert Folgen mal, dass genau sowas passiert. Dass jemand dann so eine Sequenz träumt, die total unrealistisch ist, aber die natürlich auch geschauspielert werden muss von den Leuten. Wo ich immer denke, wie geil ist das für die Schauspieler, jetzt sowas zu spielen, was fernab unmöglich in den Handlungsstrang passt. Aber sowas mag ich immer gern, so Traumsequenzen. Ja, und deswegen ist Julian auch bekannt als Trash-TV, Julian, für Szenen, die er in seinem Normalleben niemals spielt. Unter uns ist auch kein Trash-TV. Da geht es ja auch nicht, ich meine ja auch nicht, was du guckst, sondern wo du mitwirkst. Ja, genau. Das stimmt, ja. Oder möchtest du bestreiten, dass eine einzige Szene von dem, was du gespielt hast, in deinem Normalleben auch wirklich vorkommen würde? Herr Winke? Ja, genau. Die Trennung von meiner Ex-Frau war doch schon realistisch. Die war nicht gespielt. Die habe ich eingesandt. Dass mein Chef mich rausgeschmissen hat, weil ich den Firmentresor geklaut habe, doch auch. Ja gut, das sind natürlich auch Traumdeutungen. Und ich habe doch die Einbrechner hier bei mir in der Wohnung, habe ich erlegt. Ich bin keine Zweifel weggelaufen heimlich, sondern natürlich habe ich die zur Rede gestellt. Das war ja mein Ex-Kollege, Hauke. Sollen wir jetzt noch die Krankenhaussehende nehmen oder hörst du jetzt auf? Ich höre auf. Okay, dann kommen wir jetzt, also nach dem Einspieler, zu dem Flummi, der hochgeworfen wird, wieder ein Signal. Denn wir haben ja jetzt diese Milchigkeit in dem Löwenzahn. Und wir haben ja eigentlich gelernt, Milch ist Gift. Auch aus Pflanzen. Ja, stimmt. Aber hier können wir es widerlegen. Es wird nicht explizit erwähnt, aber wir ahnen es ja dadurch, dass wir die Blätter essen können. Nein, das ist in dem Fall nicht giftig. Man kann es zu sich nehmen. Ja, aber ich meine, man kann es sich zu sich nehmen. Wie wenig ist denn in einem Löwenzahn drin? Trotzdem. Also, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, wo Pflanzen aus der Wüste gezeigt wurden und da ist das Milchige schon tödlich. Witzig, dass Ritzfuchs jetzt keine Milchfabrik gründen wollte wie einst Peter mit den Schmetterlingen, ne? Naja, gut. Ich verkaufe die jetzt literweise. Das Glashaus hat er ja schon an den Bauwagen gesetzt. Das Glashaus ist ja noch da sein eigentlich. Später holt er sich ein ganzes Lama, aber das war es besser. Also, jetzt ist ja eigentlich das Thema für Freddy klar. Nur das Problem ist, anstatt dass er jetzt noch irgendwas lernen muss, wo Fritz sagt, komm, wir machen Power-Wochenende, wir blieben nicht hoch, der weiß schon alles. Der ist schon Löwenzahnexperte. Das Thema ist schon von Anfang an gesetzt. Du siehst ja auch später, wie er dann plötzlich sein Chemiebuch oder so rausholt. Prinzipiell ist er interessiert. Es ist total unrealistisch, dass er um die Versetzung bangen muss. Eben. Er hat einfach nur keinen Bock. Das ist ein, wie nennt sich die Kinder, Problemkind? Ja. Ich meine ja nur. Sag mal, wo bist du jetzt ungefähr auf der Minute? Ich bin jetzt ein bisschen hin und her gewappt. Sind wir jetzt so im sieben Minuten Bereich? Neun. Neun, du bist mir schon weiter als ich. Ich denke, es ist hier doch alles schon besprochen worden, aber irgendwie, ich hänge noch bei dem geilen Einspieler drauf, das ist das Problem. Genau, dann hast du das quasi mit den kleinen Insekten, mit den Bienen und so, hast du quasi mit dem Moment Pusteblume, hast du den abgetan? Ja, ich habe doch alles aus diesem Einspieler rausgelegt. Ja, ja, ist okay, da steckst du dich noch irgendwie fest. Das ist doch also wirklich jetzt. Den sah ich dir noch die ganze Zeit. Gut, dann sind wir jetzt bei dem Moment, wo sie, genau, wo die Muddy kommt. Denn sie nimmt ihn mit und keine Ahnung, wie du das empfindest. Sie hat ihn irgendwie drei Tage nicht gesehen, schön und gut. Gut, aber wenn es doch um Schule geht, ist doch immer Ausnahme. Er wird gern bleiben, sie sagt, nö, ich habe die drei Tage nicht gesehen, kommst jetzt mit. Also wenn es darum geht, ich muss noch was für die Schule machen, war immer, immer Ausnahme. Das stimmt, ja, das stimmt mal. Ja, das ist richtig. Wir lernen nur, Mama, wir lernen nur. Ist egal, auch später in der Szene. Er muss schlafen, aber anstatt am Gameboy zu sitzen, liest er noch im Chemiebuch, nö, du musst schlafen. Also jetzt weiß ich, warum die Versetzung gefährdet ist. Die Muddy ist schuld. Ja, und er geht ja auch brav mit. Ja, genau. Und lässt das jetzt im Prinzip so Fritz' Aufgabe sein? Er ruft ja auch später an und fragt, und wie sieht es aus? Was macht meine Eins? Also irgendwie muss Fritz jetzt das allein lösen. Ja, 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 weil er weiß ja schon alles. Es geht nur noch um die Praxis. Aber es reicht ja nicht für eine Eins. Auch das, was er später vorträgt, das ist ja nun keine Eins. Wir gingen alle davon aus, das, was wir in Schulzeiten gemacht haben, reicht für eine Eins. Wir waren dann doch alle letztendlich versetzungsgefährdet. Ja, jetzt wird Zeit für Dunja Reiter. Ja, ja, also wirklich, als ich sie das letzte Mal gesehen habe, da war sie noch kein Skelett. Also da war sie noch. Das ist das, wir werden alle alt. Ja, aber ich habe mich erschrocken. Also ich glaube, ich hätte sie nicht erkannt. Ja, ich wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt jetzt auch wenig Überschneidung. Ich weiß, wer sie ist. Sie ist eine prominente Schauspielerin. Aber ich wüsste jetzt, außer Winnetou wird mir noch nicht mal groß was einfallen. Alles nichts oder. Ah, okay, sie war mal alles nichts oder mal. Ah, okay. Das ist die einzige Schnittstelle, die zu Dunja Reiter bei mir existiert. Weil das aber auch eine präsente Folge war. Die hatten wir auf Video. Ich glaube, die wurde auch auf DVD veröffentlicht. Die ist einfach immer da gewesen. Ja, naja gut. Sie spielt hier die Kräuterhexe. Ja. Und sympathisch. Sie hat eine Katze. Nicht sympathisch. Man sieht schon den ersten Kunden, wie so Scharlatanen, Geldblechen, Geldblechen bloß wieder gehen. Ja, weiß ich nicht. Hier fehlt eigentlich nur noch die Hexenkugel, oder wie siehst du das? Ja, aber sie ist ein bisschen so ein Comic-Charakter hier jetzt. Den sie auch ganz gut verkörpert, finde ich. Und natürlich absolut unglaubhaft. Wenn wir nachher in den Realismus gehen müssen, möglicherweise gibt es solche Frauen, aber ich glaube, die würden heute nicht mehr so viel Kohle machen. Und wie viel Kohle sie macht, das sieht man ja. Fritz soll ja 25 Euro hinlegen. Was bekommt der dafür? Einen bunt Löwenzahn. Okay. Und auch gar nichts Großartiges an neuem Wissen dazu, ne? Eigentlich soll der Fritz jetzt, oder? Es wird gesagt, dass es die Warzen heilen kann. Und das ist wahr. Ja, also tatsächlich können Warzen mit diesem Löwenzahn, aber auch nur bestimmte, reduziert werden. Aber ich sage euch, holt euch einfach Wortner. Wortner vereist die Warzen. Das weiß doch jeder aus der Werbung. Und wie heißt noch das Ding, was hier den, wenn dich eine Mücke sticht, nimm Aztelgel oder was? Ja, dann juckt es nicht. Nimm Azeron, dann juckt es nicht. Morgens Aronal, abends Elmex. Das weiß man doch. Ähm, Doppelherz. Und da gibt es doch was von Ratiofarm. Genau, richtig. Kloster v. Melissengeist. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Schneekoppe. Merci, dass es dich gibt. Ja, aber du bist doch gar nicht mehr in der Apothekenschiene. Warum gebe ich mir überhaupt noch Mühe? Stimmt, ich bin jetzt abgehört. Was wüsste denn? Da kann ich auch die Bratmax oder Zottsame Joghurt singen. Was soll denn das? Ja, es gab damals immer hier gegen Blasenschwäche. Wie hieß das noch? Naja. Voltaren Schmerzgel gibt es auf jeden Fall noch. Mhm, mhm. Gut, ich höre jetzt auf. Du hast dich ja gerade beschwert, dass das hier so ein bisschen albern ist mit der Kräuterhexe. Ja, und dass man da ja auch nicht wirklich was lernt. Dann kann ich dir sagen, der Einspieler danach macht alles wieder gut. Gut, weil jetzt kommen wir nämlich ins Labor. Jetzt wird es wissenschaftlich. Ja. Ja, das ist schon eine ganz andere Sicht, dass hier wirklich mit Löwenzahn experimentiert wird. Sieht auch aus, als wäre es extra für Löwenzahn gedreht. Findest du nicht? Ja, doch, doch, doch. Ja, doch. Hat jetzt keinen anderen Stil. Es sieht schon aus, als wäre es mit der selben Kamera alles gemacht worden. Und wir gehen der großen Frage nach, ist Kautschuk da drin extrahierbar? Kann man daraus Gummi herstellen? Und also das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, was sie da machen. Für eine Pflanze, das eigentlich als Unkraut betitelt wird, nicht schlecht. Gummi, 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 Gummi gibt es in jeder Form. Gummi, 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 Gummi. Das ist so bei Julian, wenn er einfach nicht mehr weiter weiß, dann singt er einfach. Und ich glaube, deswegen war seine Versetzung gefährdet. Absolut, ja, gerade Biologie konnte ich nie besonders gut. Boah, das war auch richtig. Das war immer so ein Dreierfach. Das war auch immer, wenn es hieß, wir schreiben eine Arbeit bei Deutsch, Mathe, Englisch, hast du gedacht, naja, kriegt man irgendwen bei Chemie oder Physik oder so. Boah, da wusstest du nur noch darum bangen, nicht in der Fünf zu rutschen. Ja, so ist es. Ganz genau so ist es. Ja, wo machen wir jetzt weiter? Jetzt geht es wieder zurück zu ... Naja, eine Frage, die sich mir stellte nach dem Einspieler für das Labor, ist, warum waren meine Referate nie so gut? Weil wenn du das Thema jetzt nimmst, mal angenommen, das wird abgenommen, du darfst ein Referat über Löwenzahn halten. Das ist hier alles die perfekte Vorlage. Du, guck auf, das nehme ich dir ab. Ja, das nehme ich dir ab. Du darfst nächste Woche hier gerne ein Referat über Löwenzahn halten. Das ist hier mit abgenommen. Nächste Woche bin ich krank. Ja, stimmt. Gesundheit geht vor, da kann man nichts machen. Ja, schade. Dann muss ich nachschreiben, okay? Es ist eigentlich eine tolle Folge mit sehr viel Aha-Effekt, wo man sich fragt, ich bleibe dabei, warum weiß man das nicht schon längst? Ja, in der Tat. Vor allem sind das alles Experimente, die jeder oder jedes Kind vor allem nachmachen kann. Genau. Ja. Das ist ganz, 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 ganz toll. Wieso hat Peter uns das nicht schon vor 30 Jahren erzählt? Wieso ist das nicht in der Schule? Wieso gibt es keine Löwenzahnbonbons? Der keinen tollen Mixer hatte, wo er die Wurzeln reintun kann, um das Ganze dann auszudrücken. Das gab es noch nicht. Ja, okay. Ja, denn jetzt holen wir den Saft da raus, dann mischen wir ihn wieder mit Wasser, wo ich mir denke, ja super, du hast gerade so erfolgreich den Saft zerstört. Aber nein, Freddy mit seinem Hightech-Telefon weiß in den Schulbüchern ganz genau, weil der hat das ganze Wissen. Der weiß alles. Es ist vollkommen sinnlos, dass er Fritz noch delegiert. Es ist unrealistisch, ja. Aber vielleicht ist er deswegen auch so tiefenentspannt. Ja, genau. Glaube auch. Der hat nämlich einfach nur keinen Bock. So sieht es nämlich aus. Der weiß, in seinen Schulbüchern steht, du musst Essig dazu schütten, um das zu trennen. Was total unrealistisch ist, dass Fritz bei seinem ganzen Wissen und seiner ganzen Rausfinderei, seinem Forschergeist, das nicht weiß, dann wartet, dass Freddy da willkürlich was aus dem Buch, aus dem Schulbuch raussucht und dann sagt, ah ja, okay, dann mache ich das so. Tschüss. Es hätte wirklich nichts dagegen gesprochen, dass Fritz sich um 180 Grad dreht und selbst ein Buch aus der Schublade zieht. Ja, aber es ist natürlich süß, dass er dann quasi mit der Deckbeckdecke über dem Kopf dann dadurch das Kinderzimmer tapert und mit der Taschenlampe dann das heimlich noch quasi dazu gibt als Information. Fritz führt das so aus und verlässt sich auch drauf, dass das jetzt ja auf jeden Fall funktioniert. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit, nimmt sogar noch den Föhn zum Trocknen dazu und ist dann schon der nächste Tag. Jetzt muss man mal gucken. Ja, tatsächlich. Dann erschläft ein. Dann ist nämlich nächster Tag und dann kommt die ganze Klasse, die Schüler samt Freddy, samt Lehrer zum großen Referat. Denn jetzt kommt noch der praktische Teil. Ja, und Fritz wacht auf. Jetzt habe ich eine Frage, die leider wahrscheinlich, wenn du sie mir nicht beantworten kannst. Ich könnte auch nicht einschlafen, wenn ich in so einem Glaskasten sitzen würde. Vor allem acht Stunden lang. Ja. In der Haltung. Nein. Und zwar, findet der Unterricht jetzt wirklich am Bauwagen statt? Ja, genau. Warum? Ja, weil Freddy gesagt hat, wir machen, können wir das, Herr Lehrer? Ich würde das gerne, ob ich was zu zeigen, mein Freund Fritz. Nee, nein, sorry, nee, Quatsch, ein Punkt Abzug noch. Ja, ja, zwei Punkte Abzug. Das ist doch wirklich, das ist doch Blödsinn. Also wenn wir mal Unterricht im Freien gemacht haben, dann war das der Pausenhof. Dann war das ein Genehmigungsprozess Deluxe, das kannst du nicht einfach so. Nur wer dir in der Versetzung gefährdet ist. Das ist ja auch versicherungstechnisch gar nicht so einfach zu machen. Ja, genau, so sieht es nämlich aus. Da mussten die Eltern erstmal was unterschreiben für. Das große Problem ist, ich sehe jetzt erst, dass Fritz auf seinem Tisch auch Donald Duck Comics hat. Soll ich jetzt noch einen Punkt abziehen? Wo ich diesen Kaugummi da sehe. Ja, es funktioniert nicht mal. Es funktioniert nicht mal und Fritz und Freddy haben trotzdem die Ruhe weg. Und Freddy soll doch erstmal quasi erzählen, was er denn so allgemein ist, weiß, theoretisch ist. Ja, und das ist schon ein bisschen schwammig. Also dafür, dass der Junge ja viel mehr Wissen hat, wir viel mehr gezeigt bekommen haben. Und Experimente auf ganz, ganz kleiner Basis möglich sind. Ja, Löwenshals und Kraut. Also komm. Genau. Und alles hängt an diesen Flummi. Nein, Leute, nein, nein, nein. Ja, und dass der Lehrer dann da an Fritzplatz sitzt und dann die anderen drei Schüler. Und es geht doch jetzt um alles. Da kann man das noch nicht in so abgespeckter Version am Bauwagen jetzt so nebenbei. Ach ja, übrigens, halt mal dein Referat. Vor allem müsste der Lehrer ja auch wissen, dass der Junge eigentlich schlau ist und ihn dann nicht zu versetzen. Der Lehrer ist eigentlich dumm. Ja, so sieht es nämlich aus. Dass er das nicht erkennt, wie genial der Junge ist. Und er erzählt ein bisschen was an Basics, es reicht aber nicht. Immerhin, das ist realistisch, dass der Lehrer sagt, ja, Moment mal, eine Eins ist das aber nicht. Und jetzt kriegen wir hier einen Ausschnitt gezeigt, und zwar vom Notenspiegel von Freddy. Den finde ich ganz gut. Mündlich 6, 4, 5, 5 plus, 4 minus, 2. Okay, macht insgesamt eine 5, Ausrufezeichen. Was steht da drunter noch? Murks. Ja, vor allem so Murks. Ja, unter der 5 steht noch Murks. Stimmt. Ist bei 23, 3 gut zu sehen. Stimmt. Murks, okay. Und schriftlich hat er eine 5, eine 3, eine 5, eine 5 minus und eine 5 minus. Der ist ja, der ist nicht gefährdet, der ist nicht versetzt. Der Lehrer ist ja wohl betrunken, dass er ihm noch eine Chance gibt. Nein, er ist doch schlau. Er hat einfach noch keinen Bock. Oh, ja. Ja, du willst dagegen sprechen. Nee, aber ich sehe das schon gerade. Und in welcher Situation sehen wir das? Was passiert jetzt mit dem Flummi? Naja, der Flummi ist kein Flummi. Fritz stellt fest, der ist dehnbar. Ja, und irgendwie sieht das jetzt aus wie so ein Radiergummi. Ja. Und dadurch wird die 5 zu einer 4 minus umgeändert. Super. Und das ist im Prinzip die ganze Folge dahinter. Alle gratulieren jetzt. Und diese Erfindung hat jetzt nun alles dafür gesorgt, dass er doch versetzt wird. Die Klasse gratuliert, die sich schon gefreut hat, dass wir endlich diesen nörgelnden Pausenhof-Störer losgeworden sind. Nächster Abend mit versetzt wird er und wir drehen doch mal eine Runde. Anderes Wort für Radiergummi mit 11 Buchstaben. Ratzefummel. Perfekt. Das war die Folge Löwenzahn zum Thema Löwenzahn aus dem Jahr 2010. Alles klar. Müssen wir die jetzt noch bewerten oder lassen wir das diesmal einfach so? Das müssen wir nicht machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das ist nicht notwendig. Was ihr schauen sollt bis nächste Woche, erfahrt ihr dann einfach nächste Woche. Es geht nur darum, dass man die Folge mal gesehen hat. Eben. Das ist ja auch für Fritz Fuchs das Bewertungssystem ja auch gar nicht. Genau, das interessiert die Leute ja gar nicht. Sollen wir hier erzählen, was schlecht gealtert ist? Das ist doch völlig unmöglich, wenn wir eine aktuelle Folge besprechen. Das geht doch auch alles gar nicht. Dann mal leg mal los. Okay. Lebt Dunja Reiter eigentlich noch? Ich meine, sie sieht ja auch schon so aus. Ja, ja, ja. Okay. Wie sieht sie denn heute? Ist ja jetzt auch egal. Sieht wieder jung aus. Ja, okay, okay. Dann drücke ich jetzt hier drauf. Lerneffekt. Zehn. Zehn. Gut. Alles über Löwenzahn gelernt. Mehr als man jemals wollte. Realismus. Sieben. Sechs. Fünf. Ach so. Ist streng. Es ist streng, aber sechs. Der Lehrer kommt, gibt ihm eine Chance, macht das dort vor Ort. Auf dem letzten Drücker fällt ihm noch was Geniales ein, was selbst der Lehrer nicht wusste. Ach komm, die Kräuterhexe dazu. Und ganz wichtig, wer ist Freddy? Ja, was soll das? Aus dem Nichts kommt dann plötzlich so ein Elfjähriger. Nein, ich finde das immer toll, wenn, also wäre für als Kind natürlich perfekt, wenn ich in der Schauspielagentur bin und meine Rolle ist Löwenzahn. Das ist wirklich ein leichter Einstieg. Das ist eine Low Budget, super nette kleine Produktion, alle liebevoll, aber wo die ganzen Kinder jetzt herkommen, wäre natürlich schon ganz gut. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, aber, das habe ich irgendwie bei Sascha im Fanclub öfter mal irgendwas irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, oder hat er das irgendwie mal öfter erzählt, dass ihn das auch stört, dass bei Fritz Fuchs immer so random Leute auftauchen, dass er lieber mal so ein festes Ensemble hätte. Kommt ja durch die Familie so ein bisschen zustande, aber es weicht auch immer wieder ein bisschen auf. Das ist auch so ein, ja auch so ein Gegner der Woche im Prinzip. Hier kommt jetzt einmal Freddy, ich denke, der wird nie wieder auftauchen. Das ist schade. Nie wieder. Was soll man machen? Gut, aber einzig wichtig ist ja, wie hat uns die Folge gefallen? Unterhaltung. Ich lasse dich anfangen, du passt dich ja sonst wieder mir an. Es geht so, nicht so gut. Ich habe eine 8 stehen. Ja. Ich denke mal aus den gleichen Gründen wie du. Ja. Ja, damit haben wir im Prinzip 48 Punkte gegeben, genau wie letzte Woche und damit Platz 33. Und letzte Woche hatte ich meine Lieblingsfolge von mir untergejubelt. Das stimmt, so sinnlos ist diese Bewertung. Naja. Die Bewertung sagt ja nur aus, ist das eine Löwenzahnfolge oder ist das hier Quatsch? Ja. Unsere Lieblingsfolgen, das heißt ja nicht, dass das unsere Lieblingsfolge ist. Die Feuerwehrfolge wird nie unsere Lieblingsfolge sein. Die ist einfach nur gut. Das ist eine gute Löwenzahnfolge. Das sei noch mal gesagt. Hast du ein bisschen Post bekommen? Ja. Ja, okay. Feedback. Hau raus. Vorsicht von Jos, unser norddeutsche, wie hieß er noch mal in Wirklichkeit? Der hat einen Hutladen, der hat gesagt, dass sein Post von der vorletzten Woche nicht negativ gemeint war, wo er gesagt hat, dass wir ziemlich chaotisch eingestiegen sind mit unserem Klaus und Klaus Gerede. Er fand es sehr unterhaltsam. Der Waldimat, der letzte Woche zu Gast war, schöne Grüße, möchte gerne einen Wunsch auf die Liste setzen und zwar der Zauberlehrling. Ich glaube, der ist auch schon auf unserer Liste. Zauber. Müsste Folge 35 sein, sagt er. Zumindest in seinem eigenen Archiv ist das Folge 35. Ja gut. Hat sich auch Dernhelm einst gewünscht. Ah ja, dann wird die Folge irgendwann mal besprochen sein. Und der Erik hat zu unserer Lama-Folge auf Spotify geschrieben. Danke für die tolle Folge. Meine Lieben, ihr dürft auf Spotify gerne kommentieren. Witzig ist, wenn es mal jemand macht, ist das immer ein ganz dröger, kleiner Mini-Kommentar. Ja, ihr dürft auch gerne lästern, weil ich kriege das eh nicht mit. Genau, und ich würde das dann entsprechend filtern und zu CF sagen, es ist nur Komplimente gekommen. Ja, genau. Der Hendrik hat zur Deichfolge geschrieben. Schöne Deichfolge, bin leider erst jetzt zum Hören gekommen. Das geht noch, Hendrik, so lange ist es noch nicht her. Erstmal hat Peter die Schwimmfähigkeit des Bauwagens bereits schon in Folge 19 getestet. Peter kriegt nasse Füße. Die haben wir noch nicht angeguckt. Er kam zu dem Schluss, dass der Bauwagen schwimmt. Wenn noch nicht geschehen, bitte auf die Wunschliste. Mhm, okay. Klingt auf jeden Fall spannend. Da müsste dann ja auch noch der Hund dabei sein. Äh, 19, ja, da ist er noch dabei. Und Sungi hat noch geschrieben, auch auf YouTube zu einer anderen Folge, zu Julians Frage, ein berühmter Fernseh-Kuckuck, habe ich danach gefragt, wäre der Roadrunner, der Renn-Kuckuck. Und wenn ihr mal wieder eine tolle alte Peter-Folge machen wollt, also jetzt werden uns noch Folgen vorgeschlagen. Dann noch die Folge 68, Peter sucht den Klapper-Storch. Klapper-Storch. Wir lieben ja, wir lieben ja Störche. Äh, die Störch-Folge war nicht so schlecht. Und hätte Vicky die einst nicht ausgesucht, hätten wir die auch nie kennengelernt. So ist es halt. Er sagt auch, dann hätten wir auch den Störche-Sack zu, wie auch bei der Feuerwehr, wir alles Feuerwehrartige besprochen haben. Ah ja, okay, gut, das ist natürlich ein Ansporn. Kommentare gerne auf YouTube oder auf Facebook oder per WhatsApp oder auch ganz klassisch, passiert immer seltener, per Mail an mail.hintermbauwagen.de. Wenn ihr selber mal eine Folge mit uns besprechen wollt, dann müsst ihr euch bei uns melden und sagen, welche Folge es ist. Und dann kommt ihr auf die sogenannte Warteliste. Oder aber ihr meldet euch ganz sympathisch mit einer Sprachnachricht, wie die Dame die nächste Woche mit uns eine Folge besprechen wird. Und zwar ist das die Hörerin Sabrina, noch nie bei uns dabei gewesen. Sie traut sich hier direkt in den Podcast-Dschungel, hat sich eine Folge ausgesucht, die Folge 38, wie die Kartoffeln in den Keller kommen. Es wird also ganz, ganz nostalgisch wieder in die Ur-Peter-Zeit gehen. Und ich kenne die Folge nicht. Ich frage dich wie immer, kennst du sie? Vom Namen her ja, inhaltlich müsste ich nochmal durchschauen, aber ich bin natürlich immer Kartoffelfolgen aufgeschlossen. Ja, stimmt, das ist ja im Prinzip dein Thema. Sabrina hat sich die gewünscht. Warum, wieso, weshalb wird sie uns dann nächste Woche hier erzählen. Und auch natürlich, welche Beziehung sie zu Löwenzahn hat, wie sie uns gefunden hat und so weiter. Das ganze Thema wird hier aufgedröselt. Und wir können da, glaube ich, jetzt schon mal sagen, was Folge 160 ist, oder? Das hatten wir ja im Prinzip auch schon ein bisschen angeteasert. Ja, ja, ja. Da fällt mir eine Frage ein. Mach erst mal, dann stelle ich die Frage dazu. Ja, wir hatten ja öffentlich gefragt, wer hätte denn Lust, mit deren Helm eine Folge zu besprechen. Da hat sich jemand gemeldet. Lasen wir nochmal im Hintergrund, wer das ist. Und das wird auf jeden Fall passieren. Es wird die Folge 160 eine, die erste Folge sein, die ohne uns beide stattfindet. Da werden zwei Hörer die Folge komplett alleine machen, von Anfang bis Ende. Wir tauchen noch nicht auch, auch nicht für ein Wort oder so als Cameo-Auftritt. Die 160 ist eine reine Hörer-Folge. Welche Folge sie besprechen, dürfen sie es selber aussuchen. Also das wird eine Folge sein, wo wir beide nicht auftauchen und wir als Hörer endlich mal hinterm Bauwagen genießen können. Das ist krass. Ich glaube, das gibt es nirgendwo in der Podcast-Welt, dass wir eine Folge gestalten. Nee, überhaupt so viele Gäste und Hörer mit einbeziehen, überhaupt nicht. Und wir haben einfach eine Woche frei. Für dich allerdings müsste das ein Schlag ins Gesicht sein, weil du bist die einzige Komponente in diesem Podcast, oder vielleicht Dean, die noch sagen kann, ich war bei jeder Folge dabei. Das kann ich ja schon nicht mehr. Und das gibst du damit auf. Genau. Das hast du dann 159 Folgen geschafft. Ja, genau. Das gab es, aber im Glücksrad auch. Das Maren gilt so. Ja, warte. Das war klar. Es war so klar. Das gibt es in jedem Nerd-Kosmos. Und da kann ich, ich kann halt nur von Glücksrad und Sesamstraße sprechen. Das gab es im Glücksrad auch, dass Maren einmal nicht dabei war, weil sie ihren Flug verpasst hatte und nicht rechtzeitig zur ersten Aufzeichnung des Tages gekommen war und dann der damalige Sprecher Holger Wolgas die Ratewand bedient hat. Das gab es bei Alles nichts oder auch. Da war die Regine, die die Torten immer gebracht hat, die sollte fake-mäßig mal einmal nicht mehr können, weil sie zu viel gemacht hat. Sie hat halt Schilder hochgehalten oder sonst irgendwas. Und dann hat Hella von Sinn die Torte getragen. Das gab es bei Witzigkeit, kennt keine Grenzen auch. Heinz Wäscher war nur einmal krank. Aber da war er professioneller als der ganze Haufen. Ja, 39 Fiber. Das war es hier im Hinterbauern. Ich habe noch eine Frage zur Folge 160. Du hast gerade exklusiv gesagt, und das ist ja jetzt hier on tape und man kann es auch nicht mal rausschneiden, wir werden nicht auftauchen in dieser Folge. Wie machen die das mit dem Feedback? Es gibt in den Special-Folgen... Oh, hast du dich gut gerettet. Hast du dich gut gerettet. Alles klar. Ich musste ja auch kurz überlegen, aber das war jetzt ja eine Fangfrage. Ich kenne doch unseren Podcast. Die Special-Folgen finden immer ohne Feedback statt, damit sie rechtzeitig produziert werden können. Die haben jetzt auch genug Zeit zu üben, weil immer sie denken, ja, diese Folge ist gut, die nehmen wir, können sie uns die schicken. Ja, das ist so schön. Es ist nicht nur so, dass wir eine Woche frei haben, weil wir schon was vorbereitet haben, sondern wir haben einfach eine Woche frei. Genau. Wir haben nicht wie sonst das gute Gefühl, naja, wir wissen, was wir im Special machen, wir machen gar nichts. Das ist genau das. Es ist noch weniger als das mittendrin Special. Es ist noch weniger als das kommende Mammutland-Special. Und wenn das gut läuft, dann kann man es immer mal wieder machen. Ja, genau. Genau, die nächste Folge machen wir wieder ein Quiz. Dann muss irgendjemand für uns alles inhaltlich erstellen. Auch mit unterschiedlichen Leuten und so. Das ist ja tatsächlich, es ist wirklich wahr, das hat CF vollkommen richtig gesagt. Es gibt keinen Podcast, der so viele Hörer einbezieht und so abwechslungsreich hier immer wieder was auf die Beine stellt und nicht einfach nur stumpf irgendwann noch den Stiefel runterpodcastet. Also da sind wir wirklich gut aufgestellt. Danke natürlich an alle, die sich beteiligen. Und ich glaube, mit den Worten können wir Schluss machen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und wir hören uns nächste Woche zu dritt wieder und fragen uns, wie Kartoffeln eigentlich in den Keller kommen. Julian, da schaue ich doch erstmal nach, ob da nicht schon wieder irgendwas gewachsen ist, weil die keimen ja und vermehren sich ja. Vielleicht sind da schon welche. Ich muss mal ganz kurz los. Ja, und ich setze mir jetzt noch einen Tee auf. Einmal einen grünen Tee. Moment, was steht da? Ziehzeit, fünf Minuten. Okay, und dann noch einen Löwenzahn-Tee. Ah, Ziehzeit, eine Woche. Ja gut, dann werde ich in der nächsten Woche mit euch trinken. Bis dann. Das war gut, ne, mit der einen Woche. Da hast du wieder den Running Gag gebracht und du weißt, wie sehr ich den liebe. Ich dachte am Anfang, wir machen immer nur den Abschalten-Gag, aber den haben wir ja nun wirklich nicht nötig. Nee, das ist nicht mein Löwenzahn. Das war gut, ne, mit der anderen Woche. Das war gut, ne, mit der anderen Woche.